Apples Sprachassistentin Siri überzeugt nicht nur die User, sondern auch die Automobilindustrie. Als einer der ersten Hersteller wird Chevrolet in den Modellen Spark und Sonic Siri als festes Feature integrieren. Das hat der Mutterkonzern General Motors bekannt gegeben. Das bedeutet, dass ihr euer iPhone einmalig mit dem Multimedia-System eures Autos per Bluetooth koppeln müsst. Die Bedienung von Siri erfolgt anschließend über einen Knopf am Lenkrad. Siris Sprachansagen erfolgen dann über die Lautsprecher des Autos. So könnt ihr bequem Anrufe tätigen, Musik abspielen, Nachrichten diktieren, euren Kalender verwalten oder das Wetter abfragen. Ohne die Augen von der Straße nehmen zu müssen. Ice-Free eben. Neben Chevrolet haben weitere Hersteller wie Audi, BMW, Chrysler, Land Rover, Honda, Jaguar, Mercedes und Toyota eine entsprechende Umsetzung in ihren kommenden Modellen angekündigt. Send a text. To whom shall I send it? I need a contact name, phone number or email address. Katie Milford. To whom shall I send it? To whom shall I send it?